macht er jetzt den wind jungs heftigst heftigst gut 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 dann würde ich sagen regeln wir mal einfach ein ja mit der sind 30 leute oder so vorsicht alter krass und seit wann ist die weißen jetzt so krass also sie ist ein anti-eco besser aber sie aber sie wurde nicht gewafft oder irgendwas ich hätte auch gerne in der dort geschossen der schöne weißen kann man sich nicht beschweren 5 5 da bin ich ja guck mal wie sie alle wieder die kills abstauben lassen wir vor mir gehört auch noch einer und roger war ja war halt auch gut geht ich habe dir noch mal 300 damage gegeben am schluss ich behalte jetzt einfach die mp9 da stand nichts da kann ich es irgendwie entfernt füge einfach in grüner schrift 340 damage ein machst du ein richtiger 38er move oder wie es heißt 31 stimmt 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 frei fett da sind noch drei scheiße ich hätte glaube ich gar nicht vorgehen sollen da ist da ist er weg connector nice weg ist er letzter vorkon oh ja der ist close dann warte lieber auf deinen mates in diese weil du bist schnell weg schade was hast du getrunken wo grauen wir ich weiß echt nicht was die treiben was ich halt anders da oben ist er ja schon er bleibt einfach stehen wo er eben war was mit dem los jetzt nicht mal nur rein also falls er da ist da ist der smoke ich sehe nichts aber ich denke dass der also wenn sie nicht komplett dumm sind muss der letzte doch da auch ja er ist da und ich bin dumm und spring einfach geduckt da hoch nichts machen nichts machen nichts machen nichts machen nichts machen ich fühle mein wasser auf jungs machen schön langsam schön langsam das war ja nicht relativ schnell jetzt aber naja läuft 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 oh 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 riecht nach A und er gibt mir einfach ein hardcore hatter was soll das hat mich wer macht denn sowas guck mal da kommen die Assis rein ja die Assists meine ich kamen jetzt wieder hier schön reingeregelt na der nächste alter hab ich die sind echt dumm die sind echt dämlich ja selbst ich kann die mögen ich glaube die wollen einfach ich glaube die wollen einfach nicht die wollen einfach nicht gewinnen die Jungs woa ok was jetzt ich kann mir nicht entscheiden wir gehen short durch smoke flash short einer an short einer oben ja das zwei zwei noch einer bench bench ich geh palatze mal rein und guck was da geht das ist jetzt von der auge in mittags small mach mal doch nicht ich hab kein cross zu sehen meine flashbang verworfen einer ist im jungle oh mein gott jungle ist mollied ich seh keinen onsite ander auch nicht ist clear jungle war noch einer jungle wird jetzt gemollied äh genaded die haben echt die haben echt die haben echt gegner waren alter die haben genuschelt die boys die haben genuschelt die boys bye have a great time die